Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder euer Odin und ich begrüße euch zu einem weiteren Tutorial über die Amazon Fire TV Box und wie im vorigen Video PS4 Controller mit Fire TV verbinden, habe ich euch ja angekündigt, dass ich euch diese Player mal etwas näher zeigen werde, beziehungsweise euch zeigen werde, wie man sie installiert. Was ihr braucht, Amazon Fire TV, ein PC, beides muss im gleichen Netzwerk sein. So, und in einem anderen Tutorial werde ich euch auch erklären, wie ihr Kodi, was jemals XBMC, was vielleicht viele von euch kennen, die mit Homeboost schon Erfahrung gemacht haben bei der Wii oder bei der Xbox. Da gibt es diesen Media Player schon und jetzt gibt es ihn auch halt für Amazon Fire TV, für den PC gibt es ihn auch. Und wie wir die beiden hier oben reinmachen, das erkläre ich euch in einem späteren Video. Das sind eigentlich nur Player, ich kann mal kurz starten, dass ihr mal so einen kleinen Überblick bekommt, was der macht. Wir haben jetzt hier zum Beispiel, also der Ton ist ein bisschen zeitverzögert, haben wir System, Programme, Videos, Bilder, wie wir das alles einstellen oder beim System, wie ihr da Sprache einstellt, werde ich auch, denke ich mal, noch ein Video machen. Aber ich will euch halt nur zeigen, Videos, Daten und da haben wir meine Fritzbox, Mediaserver logischerweise. So, da gehen wir drauf. Jetzt springt gerade die Festplatte im Flur an. Da müssen wir kurz warten. Und hier habe ich meine Kategorien, Märchenfilme, Kultfilme, geil und Serien. So, und kann die praktisch gucken, von der Festplatte, die da drin sind. Jetzt wollt ihr das natürlich auch haben. So, wir gehen erstmal ganz runter auf Einstellungen und alle Sachen, die ich zeige, Apps und Programme, die ihr dafür braucht, also ein Programm, was ihr braucht, unten in der Videobeschreibung. Einfach mal den Button für Weiteranzeigen drücken, dann geht das nach unten auf und dann kommen da auch mehrere Sachen und da könnt ihr euch das dann aussuchen. So, ganz wichtig ist, als erstes brauchen wir eine App am PC. Okay, die habe ich, da muss ich erstmal den Ordner woanders hinpacken, die haben wir hier im Ordner drin, Fire TV habe ich den genannt. Ich werde mal den Ordner etwas kleiner machen. So, und zwar ist hier oben der ADB-Free 115. Und hier unten ist die verpackte Datei, die einfach Rechtsklick hier entpacken, Mr. Winrar haben. Da gehen wir rauf und hier ist der ADB-Free. Da machen wir Rechtsklick rauf und sagen, als Administrator starten. Bestätigen die Nachricht. So, können wir jetzt schließen. Jetzt arbeitet der PC kurz, gleich müsste das Programm angehen. So, da haben wir es auch schon. So, ich werde dann natürlich die Camden dementsprechend jetzt kleiner machen, um euch das alles so ein bisschen besser zeigen zu können. Hier oben steht jetzt schon die IP von meiner Fritz, ach, von meiner Fritzbock, boah, von meinem Amazon Fire TV drinne. Das ist wichtig. Dafür geht ihr ganz einfach auf System, Info, Netzwerk. Und da habt ihr rechts oben hier eure IP-Adresse. Die notiert ihr euch bitte. Die braucht ihr. Die gebt ihr denn hier oben ein. So, gehen wir mal raus. Ich will euch vorher, bevor ich hier überhaupt was verbinde, zeigen. Nicht, dass es heißt, hast ihr schon drauf gehabt. So, Anwendungen. Also wir gehen dann hier unten auf die Rakete, Anwendungen. Und dann gehen wir ganz unten auf alle installierten Apps verwalten. So, da sind die Amazon Apps drin. Dann habe ich hier noch Free TV. Das ist jetzt so eine Benutzeroberfläche. Die kann man auch so einstellen mit einem Extra-Programm. Das heißt Lama, dass die dann vorne startet. Ich denke mal, dazu werde ich auch noch Videos machen, wer da seine Box ein bisschen individualisieren will. So, da haben wir Icono. Das hat hier natürlich ein anderes Bild. Hier haben wir Kodi, Lama, Mail, Novel. Und das war halt. Mehr habe ich nicht. So, gehen wir raus. So, dann gehen wir hier oben. Einfach auf Connect. Und dann seht ihr hier unten gleich ADB Running. Und das Amazon Update On. So. Und dann gehen wir auf diesen Punkt. Install APK. Und auf Amazon Fire TV. In diesen Ordner gehen wir rein. Den habe ich mir so genannt. Das ist dieser Ordner. Da habe ich praktisch den ADB Free drin. Den neuen Ordner interessiert nicht. Windows Mail werden wir jetzt installieren. Weil das habe ich noch nicht drauf. Das habt ihr eben gesehen. Und diese Apps, die werde ich auch alle unten drunter verlinken. Die habe ich schon drauf. Die ist, äh, wo haben wir das denn? Hier, das ist dieser Launcher. Also praktisch eine Benutzeroberfläche für Fire TV. Man kann jederzeit ins normale Fire TV wieder zurückkehren. Das werde ich euch in einem späteren Video mal erklären. Und zeigen, wie das funktioniert. Hier geht es jetzt rein. Wie wir diese Apps installieren. Dann haben wir, oder allgemein, Apps. Wenn man APK hat, die man installieren will. Das kann man dann mit dieser Methode machen. Klingt vielleicht ein bisschen besser. Dann haben wir hier den Lama. Dann haben wir Kodi. Und da haben wir SPMC. So. Und wir wollen das jetzt einfach installieren. Und, ja, ich mache dieses Video, damit ihr praktisch, damit ihr das nächste Video kürzer wird. Dann könnt ihr, äh, dann zeige ich nur noch die Apps. Werd die App unten verlinken in den einzelnen Videos. Und dann wisst ihr praktisch, müsst ihr euch das Video angucken. Und dann wisst ihr, wie ihr das installieren könnt. So. Wir gehen hier auf Windows Hotmail. Yes. Und dann seht ihr hier unten ein Fortschrittsbalken. Na, der war jetzt ziemlich schnell. Aber hier kommt dann noch so eine Meldung, dass jetzt installiert wird. Normalerweise wird der Fortschrittsbalken auch grün. Aber das ist eine kleine App. Sagen wir OK. Jetzt gehen wir auf installierte Apps. Und jetzt steht hier irgendwo unten Windows Hotmail. Und so einfach ist es einfach, auf Fire TV Apps zu installieren. Ich werde euch sicherheitshalber, so könnt ihr praktisch SPMC installieren. Ihr könnt Kodi so installieren, Lama und alle Apps, die ihr so habt. Ich werde jetzt auf die einzelnen Apps in diesem Video nicht eingehen. Ich habe euch halt nur kurz den Mediaserver am Anfang gezeigt, dass ihr wisst, was das ist. Und wie man das dann installiert. Habt ihr jetzt gesehen. Ich werde aber zu diesen Mediaplayern einzeln nochmal Videos machen. Zu jedem einzelnen. Und euch die nochmal zeigen. Die kann man auch mit Skins bearbeiten. Und Lama werde ich euch zeigen. Entschuldigung. Und werde dann auf dieses Video hinweisen. Und euch sagen, wie ihr das dann installiert. In diesem Video. Ich rede schon wieder scheiße. Schon wieder zu spät. Zeige ich euch ja, wie ihr das installiert. Und dann kann ich die anderen Videos kürzer und knackiger halten. So. Das soll es auch soweit gewesen sein. Ich hoffe, ihr konntet euch damit ein bisschen helfen. Bis dahin verabschiede ich mich. Ahoi. Sagt euer Odin.